Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Classic mit dem Krieger. Ich habe schon mal die Quest abgegeben mit dem Sterne-Gucker, das heißt wir haben eine Röhre haben wir gebraucht. Die wäre jetzt der guten Mary, beziehungsweise wir haben eine Vollquest-Fricht, wo wir zum guten Mary sollen. Ich werde es jetzt mal gleich noch vorlesen, die Quest, wenn wir hier den Skelett ein bisschen einheizen. Laut Quarks Blaubehausen brauche ich jetzt etwas, mit dem Licht reflektiert werden kann. Ich erinnere mich an eine Frau namens Mary, die hier in der Gegend eine gewisse Bekanntheit erlangte. Weil sie immer einen Handspiegel bei sich trug. Vielleicht könnt ihr diese Mary ausspüren und sie fragen, ob sie ihn uns für unser Vorhaben vielleicht leiht. Weil wir ja eine reflektierende Oberfläche brauchen. Ich glaube sie wohnte früher im südlichen Dämmerwald. Mary kennen wir ja schon, da haben wir bereits das Geist dargeholt, was wir auch übrigens abgeben müssen jetzt dementsprechend. Ich laufe jetzt mal zu Mary hin, die müsste hier noch drin sein normalerweise. Ja, sehr schön, der Weg ist frei. So, dann können wir die Quest noch abgeben, dann haben wir die Folgequests nämlich auch schon erledigt. Ich hatte nur 2000 Erfahrung gebracht, die Röhre selbst habe ich mir in Sturm und im Auktionshaus gekauft. Also wirklich nichts Dramatisches. So, der Handspiegel war eines meiner wertvollsten Besitztümer bis zu dem Vorfall. Danach warf ich den Spiegel hinter der Scheune fort. Es gab da einen irrsinnigen Ghoul, der sich früh dort hinten herumgetrieben hat. Vielleicht hat er ihn aufgehoben und mitgenommen. Grüßtanzufolge haußt die teuflische Bestie im Friedhof Stille Gärten. Der irrsinnige Ghoul in den stillen Gärten. Den haben wir schon getroffen. Der befindet sich in der Kathedrale oder in dem, was ist denn das? Doch eher, ich würde es mal Kathedrale nennen wollen. Oder in dem Friedhofsgebäude oder in der Kirche. Ja gut, sagen wir mal Kirche. In der Kirche selbst befindet sich der. Das heißt, wir haben jetzt eine ordentliche Questreihe nochmal gekriegt. Sehr, sehr schön. Wir haben einige Quests, die wir abgeben müssen. Und am Svens Lager. Und dem einen oder anderen, es scharfständigen Beobachter muss definitiv den einen oder anderen gibt. Hoffe ich zumindest. Wir sind Stufe 26. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir Richtung Grabenflucht laufen. Aber solange es hier läuft, läuft es. Oder wir auf Respawn warten. So, der Ghoul befindet sich hier drin. Beziehungsweise müsste er. Also wir haben ihn da schon mal gesehen, vor einigen Folgen, wo wir hier die Ghoul machen mussten. Ja, wir warten mal auf Respawn. Ich glaube nicht, dass er dahinter ist. Ich glaube, er ist in der Kathedrale selbst drin. Er müsste hier drin sein. Äh, braucht er den auch? Ich hoffe ja nicht. Hi. Würdest du, wenn du mir die Quest bitte machen? Ich lad mal ein. Ah ja, sehr schön. Wir sind ja höflich und wohl erzogen. Zumindest ab und zu. So, äh, ja. Die Quest, wir warten jetzt kurz auf den Respawn. Dann können wir das hier gleich erledigen mit ihm. Äh, er hat anscheinend auch die gleiche Quest. Müssen wir kurz warten. Respawn sollte allerdings relativ zügig... Ja. Die Paladine mit ihrer Arbeit. Die haben da natürlich einen abartigen Vorteil. Segen gemacht. Herzlichen Dank. Danke. Danke. Da kann man schon mal Danke sagen. So, äh, ja. Wir warten jetzt hier schnell auf Respawn. Sollte, äh, äh, oder ist jetzt gar kein Problem mehr. Ich hoffe, der kommt relativ zügig. Äh, wir haben noch einen Punkt zu vergeben. Und ich war auch schon in Sturmwind beim Lehrer. Und habe mir die neuen Talente geholt. Wir haben unter anderem, haben wir Ansturm. Oder Sturmangriff. Rang 2 haben wir bekommen. Wir generieren jetzt statt 12 Wut 15 Wut, wenn wir anstürmen. Was sehr, sehr geil ist, weil wir direkt dann eben an den Helden auf den Stoß machen können. Jo, ja. Ja, das, äh, ich glaube, der ist jetzt nicht so schwer. Das kriegen wir hin. So, und ich würde gerne, letztes Gefecht würde ich mir jetzt erstmal holen als Sofortfertigkeit. Bei 10 Minuten Uplinkzeit, wenn diese Fähigkeit aktiviert, äh, wenn ihr diese Fähigkeit aktiviert, gewährt sie euch 20 Sekunden lang vorübergehend 30% eurer maximalen Trefferpunkte. Wenn der Effekt Uplink gehen, die Trefferpunkte verloren. Das heißt, wir müssten im Idealfall in diesen 20 Sekunden dann geheilt werden, weil danach, äh, verfallen alle Trefferpunkte wieder, die wir bekommen haben. So, eine neue Fähigkeit. Schutzfähigkeit übrigens, äh, ich ziehe sie mir trotzdem hier schon mal in die Leiste. Äh, und welche Fähigkeiten haben wir noch bekommen? Wir haben noch, genau, spöttischer Schlag haben wir Rang 2 bekommen. Macht ein bisschen mehr Schaden, macht logischerweise dadurch auch ein bisschen mehr Bedrohung. Äh, sonst war's das allerdings. Äh, aber wo bleibt er denn? Ich hoffe, dass der wirklich, aber er ist hier drin. Bin mir relativ sicher. Komischerweise liegt ja auch keine Leiche rum und ans Respawn. Die Mobs doch relativ zügig normalerweise. Äh, wenn ich übrigens irgendwie gerade, äh, in der Folge vielleicht ein kleines bisschen Lüspel oder so. Sonst so irgendwas anderes ist. Ich hab mir heute, äh, die Zunge vor einem Abendessen mega verbrannt. Das tut Schweine weh, aber gut, ich halte durch. Was lernen wir da raus? Essen vom Herd ist heiß. Sollte man mit meinen 31 Jahren, sollte ich das auch irgendwann mal kapiert haben. Aber anscheinend nicht. So, also letztes Gefecht können wir sogar auslösen, wenn wir nicht in der Verteidigungshaltung sind. Finde ich sehr, sehr nice. Dann packen wir's gleich mal hier hin. Das hier kann auch mal da hin. Äh, zusätzlich haben wir Herausforderungsrufe haben wir bekommen, äh, bei Level 26. Äh, zwingt alle in der Nähe, befinden die Feinde sechs Sekunden lang, ihr Angriff auf euch zu konzentrieren. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Äh, in der 27. Magierin, na super. Lad ihn mal mit ein, bitte. Danke. Okay, jetzt warten wir mittlerweile zu dritt auf Respawn. Es ist allerdings 9.47, wo ich das Ganze aufnehme. Die Server sind wieder überrannt. So, Segen, der macht mal bekommen. Sehr, sehr schön. So, könnte irgendwann Respawn aber kommen in der Folge noch. Es wäre allerliebst. Äh, des Weiteren, wir haben relativ viele... Ach, guck mal hier. Sehen wir sogar an der hinteren Zahl 7 übrigens, äh, in meiner Gruppe, wie viele Quests, also wie viele Leute in der Gruppe diese Quests auch haben. Hier beispielsweise hat auch noch jemand die Quests. Und hier, die Quests haben noch zwei momentan offen. Hi und danke. Äh, jo, sonst haben wir, glaube ich, nichts Neues. Äh, wir müssen einige Quests im Dämmerwald abgeben. Ich war zwischendrin... Zwischendrin auch schon mal in, ähm... Ach, guck mal hier. Äh, zwischendrin war ich auch schon mal im Zumpfland. Da werde ich jetzt gleich drauf eingehen, wenn wir wirklich nach hinten laufen. So, hier und hier und da und... Macht ruhig ein bisschen Damage mit. Ah, ja. Heilung. Muss nicht wirklich sein. Ach, guck mal hier, Seitenstoff. Sehr schön. So, müssen wir den Spiegel jetzt bei Mary abgeben eigentlich? Vor allem nicht Murray, sondern Mary. Äh, die war doch hier. Victory in Dunkelhain. Ah, nee, okay. Aber wir sind noch in Dunkelhain. Ich würde sagen, wir geben den Spiegel noch ab. Vielleicht kriegen wir noch eine Folge fest. Schönen Abend noch. Bis bald. Bis bald. Akroba hat sich schon aufgelöst. Da haben sie es gar nicht... Uh, da haben sie es gar nicht mehr mitgerichtet. Zinn vorkommen. Das nehmen wir gerne mit. Ich bin momentan sowieso noch auf der Suche nebenbei nach Kupfer. Hauptsächlich Zinn brauchen wir im Moment noch nicht. Das werde ich jetzt dann brauchen, wenn mein Schmiede-Skill dementsprechend hoch genug ist. Ist er leider im Moment noch nicht. Aber gut. Zinn vorkommen. Wir kriegen zumindest einen Fertigkeitspunkt, wenn wir Glück haben. Yo, Bergbau 106. Sehr schön. Und gut, das Zinn, wie gesagt, können wir dann gebrauchen, wenn ich mit Kupfer durch bin. Wir fehlen allerdings noch so 20 bis 40 Kupferbarren. Leider im Moment. Aber die kriege ich auch noch zusammen. Ich weiß nur nicht genau, wo ich danach suchen soll. Dämmerwald finde ich irgendwie schlecht, ehrlich gesagt. Dämmerwald ist jetzt nicht so die Mega-Kulisse, um irgendwie vorkommen zu finden. Obwohl es hier recht hüglich ist und recht berge ist, aber ich finde hier echt nichts. Das ist ein bisschen schade. So, mittlerweile, dass wir auch Level 26 sind, haben wir hier das Problem, dass einige Questgegner grün sind. Und teilweise sogar wirklich sogar schon grau sind. Zumindest hier am Rande. Das heißt, wir kriegen von grauen Gegnern eben keine Erfahrungspunkte mehr. Macht sich wirklich leichter. Da ist leider keine Ruhe. In Häuser ab und zu mal so von der Seite reingucken. Kann ich nur jedem empfehlen. Denn da befindet sich gerne mal eine Kiste drin. Auch in leeren Häusern übrigens. So. Gehen wir schnell noch den Spiegel ab und dann müssen wir, ja, leider erstmal wieder in den Weg nach Rabenflucht antreten. Es ist eigentlich kürzer, wenn ich... Ist das kürzer? Wir probieren es einfach mal. Ich benutze mal eine Greif, fliege mal nach Westfall und gucke mal, ob es da kürzer ist. Aber Moment, wir müssen eins höher. Dass wir beispielsweise in der Speerkuppe in Westfall rauskommen und dann runter nach Rabenflucht laufen, könnte kürzer sein. Allerdings, wir haben... Nee, wir laufen hier lang, weil wir haben hier noch eine Quest abzugeben. So, mein Freund. Ganz fantastisch. Dies ist geradezu perfekt geeignet. Vielen Dank. No problemo. Oh. Oh. Okay. Der Gürtel ist mega. Also er ist... Boah, der ist viel, viel besser als meine. Aber ich habe noch Stufe 10er an. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren Gegenstand, um das Gerät fertigzustellen. Laut Cox Blaupausen wird eine Linse oder etwas in der Art benötigt. Die einzige Linse, von der ich weiß, dass sie groß genug wäre, wird sehr schwierig zu beschaffen sein. Es gibt da einen Ogern namens... Zriffel. Der im Ogahort, im Süden des Dämmerwaldeshaus. Wenn ihr, äh, könntet, bringt mir seinen Monokel, dann werde ich das als unsere Linse verwenden. Mega cooler Gürtel. Jetzt lohnt sich der Weg gleich doppelt. Gut, dass wir die Quest angenommen haben. Hier ist der Ogahort. Ich habe ab und zu behauptet, dass er hier, wer er ist, aber hier. Aber gut. Irn ist menschlich und, äh, ich irre mich ja mal gerne. So, Segen der Macht läuft jetzt leider aus. Also wir laufen jetzt erstmal... Hier haben wir, glaube ich, nämlich die Spinnenquests abzugeben, die ich erledigt habe, offline erledigt habe, weil es, äh, waren leider graue Spinnen, diese Zwerggiftweber-Spinnen, waren teilweise... Oh, waren teilweise schon grau. Wir können uns mal einen Spaß machen. Komm, wir probieren es mal. Geht das? Nee, geht nicht. Ich war zu weit weg. Ja, man muss das ganz genau... Also, das Problem ist, wenn ihr jemand anders anhaut, kriege ich den Kill nicht. Das war jetzt mal ein Versuch, der kläglich gescheiter ist. Äh, der Kleine im Dorf, der wird ja von den Wachen aufgemischt. Und derjenige, der ihn halt zuerst berührt, also der zuerst Schaden macht, kriegt ihn als Loot. Allerdings, es kommt nur Blödsinn, glaube ich, bei ihm raus. Ich glaube, er droppt eine Keule, aber eine weiße Keule, glaube ich, droppt er. Hat mich jetzt durch das Sterben, hat mich das jetzt ein, zwei Silber gekostet... Naja, vielleicht ein, zwei Silber gekostet, denn überhaupt Haltbarkeit. Können wir aber ignorieren. Ja, man müsste den ins Dorf locken am besten, allerdings drei Schläge und ich bin tot. Da bringt auch Blut... Vor allem, ich habe Blutrausch... Habe ich letztes Gericht oder Blutrausch... Ich glaube, ich habe sogar Blutrausch gerade gedrückt. Naja. So, was haben wir sonst noch? Ich glaube, im Moment... Ne, jetzt dürfen wir erstmal hier die Beine in die Hand nehmen. Ah ja, Mineralentsuche an. Auch ein Problem, was ich immer wieder habe nach dem Tod. Zwei Seidenstoff haben wir wieder gerichtet. Das ist sehr, sehr schön. Dann suche ich mir nämlich irgendwann ins Sturm mit mal einen netten Schneider, der mir daraus Taschen macht. Äh, kriege ich zehn Platzfelder draus. Das heißt, ja, zwei Plätze... Ne, sogar vier Plätze hier kriege ich mehr wieder raus. Und ja, wir wissen es, wir brauchen dringend größere Taschen. So, nach der ganzen Skillerei, die wir gemacht haben beim Kriegslehrer... 90 Silber habe ich für eine Fähigkeit gezahlt. Drei Warns insgesamt sind wir jetzt bei vier Gold 73 wieder gelandet. Äh, das ist momentan so. Also vier Gold ungefähr ist unser Vorrat. 73 nehme ich mal zum Reparieren und so weiter und so fort. Vier Gold haben wir bis jetzt erarbeitet mit Level 26. Das ist, äh, wird leider, wenn es so weiter geht, nicht für ein Reitier bei Stufe 40 reichen. Das weiß ich leider schon. Sehr, sehr schade, aber vielleicht finde ich noch irgendwie was, was wir teuer im Auktionshaus verkaufen können. Bis jetzt war leider alles, was ich gewonnen habe, Schrott. So, wir geben jetzt einmal die Quest ab. Danach müssen wir, genau, die Geister fahren. Wir müssen letztendlich einmal hinten eine Quest abgeben, hier eine Quest abgeben, hier einen abgeben. Und hier müssen wir den Ogre, würde ich auch mal probieren. Ich glaube allerdings, dass der relativ gut bewacht wird. Und mit Level 26 ist der, glaube ich, noch mit Vorsicht zu genießen. Der ist nämlich braun. Hm, außer ich finde jemanden, der auch zufälligerweise ihn gerade töten muss. Das wäre natürlich praktisch, wenn jetzt hier so viel los ist. Das Licht sei mit euch. Oh. Ja, wir verlieren einen Stärker, kriegen immer eine Beweglichkeit dazu, verlieren allerdings auch zwei Rüstungen. Ah, ihr seid zurück. Ihr, äh, ihr seht gar nicht sonderlich angeschlagen aus. Scheint mir natürlich, ist die Nachtwache denkbar für euer, äh, für eure Arbeit, Geibarsch. Und ich hatte euch ja auch ohne Belohnung, äh, eine Belohnung versprochen. Hier, bitte. Die Stülpen. Ja, 1200 Erfahrungspunkte immerhin. Wir gucken mal, wir gucken uns den mal an. Wir sind ja sowieso auf dem Weg. Naja, Beweglichkeit hin, Beweglichkeit her. Nee, ich behalte mal meine. Prinzipiell, sie sind fast gleich, also gleichwertig, die Handschuhe. Ich kann allerdings auch meine anbehalten. So, hier tötet zumindest gerade einer schon Oga. Wir müssen mal gucken, das müsste allerdings ein relativ starker sein. Ich habe die Befürchtung sogar vielleicht Elite-Oga. Zumindest dürfte er Level 29 bis 30 haben, was Braun, ne, ich schätze mal 29. Ja, Krieger, unter anderem hier, Feuer, irgendwas. Krieger, Krieger. Pff, Level 35er, na hallo. Ach, ich glaube sogar hier drin, oh, zwei Zinn vorkommen. Eins befindet sich, wo? Man weiß es nicht. Irgendwo im Nirgendwo. Hm. Okay. Nö, kann man vergessen. Das wird nix. Das sind lauter Level 29er, die uns, äh, wirklich... Na, 35, geht sogar. Äh, die uns einen mitgeben auf jeden Fall, ähm, wir verfehlen zu oft dafür. Dass ich mich mit, äh, Braun anlegen könnte. Als Magier geht das durchaus ab und zu mal. Ah, guck mal, hier in den Koffer vorkommen. Allerdings, äh, nicht als Krieger, weil wir auf Nahkampf spezialisiert sind. Mit Fernkampfattacken oder Magieattacken trifft man meiner Meinung nach ein bisschen öfters, als wenn man jetzt mit dem Schwert draufschlägt. Auf die Gegner. Das heißt, wir müssen, ein Level müssen wir auf jeden Fall noch machen, dann können wir die Quest erst erledigen. Gut, werden wir hoffentlich hinkriegen. Nehmen wir das Kupfervorkommen mit und geben jetzt erstmal die anderen Quests ab. Wir sollten darauf auch wieder eine Folgequests normalerweise kriegen, vielleicht können wir die dann wenigstens erledigen. Okay, nett, viermal. Sehr schön, so könnte das weitergehen. Äh, übrigens, ich war auch mal im Sumpfland. Das Sumpfland befindet sich, muss mal ganz kurz gucken. Ja, reicht, wir sind wieder vollgeladen. Sumpfland befindet sich hier oben. Äh, man sieht es hier, ich war schon mal bei der Stadt, haben wir den Flugpunkt geholt. Äh, da könnten wir notfalls weiterquesten, bis wir Level 30 sind und in Gnomaregan einfallen können, dementsprechend. Äh, wäre so meine nächste Option, wenn wir in Dämmerwald durch sind, weil so langsam gehen uns die Quests dann auch dementsprechend. Entsprechend aus dem Dämmerwald. Und, äh, Sumpfland wäre dann meine nächste Option, wo ich Questen gehen würde. Da ich es mir jetzt schon mal angeguckt habe, weiß ich auch, okay, die Gegner haben ungefähr das Level, das wir brauchen auch. Äh, teilweise sind die Gegner sogar schon grün und grau. Ähm, ich habe allerdings noch kein bestes Questgebiet momentan gefunden, wo wir hingehen können. So, wir gehen jetzt erstmal nach, ja, wir geben jetzt erstmal das Geisterhaar ab. Vielen herzlichen Dank. Ich finde die Paradine in World of Warcraft Classic mega. Deswegen, da macht die Nahkampfangreifung 55 erhöht, das ist doch eine Menge. Man glaubt es kaum auf 55, ist hier schon eine ordentliche Zahl. So, wir geben jetzt erstmal hier bei dem Einsiedler das Geisterhaar ab, dann hinten zu Sven auf jeden Fall. Und dann sind wir, glaube ich, mit unseren, genau, die Quests haben wir dann soweit erstmal fertig. Walks in den Wäldern, Schattenbürger in der Nachtheuler. Hätte man jetzt hier erledigen können, dann bin ich jetzt vorbeigerannt. Mist. Egal, das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Den Ogre müssen wir auch noch machen. Also ein bisschen was zu tun haben wir auf jeden Fall noch. Leider wieder mal sehr viel Gerenne, aber der Weg im Dämmerwald ist leider doch relativ weit überall hin. Zumindest hier nach Rabenflucht und den Flugpunkt in Westfordern habe ich jetzt auch nicht benutzt. Aber ich glaube, vom Weg her nimmt sich das nicht viel. Weil wir müssen erst da hinfliegen, das hinfliegen selbst dauert auch eine gewisse Zeit. Und der Weg selber dann bis hier hin, ja. Ich würde mal sagen, wenn wir Glück hätten, wären es wahrscheinlich 30 Hunden gewesen, die wir uns gespart hätten. So, mein Einsiedlerfreund. Machen wir einen raus hier. Wir haben auch noch die ganzen, also hier werden ja immer noch die Gruppenquests gesucht. Die haben wir natürlich auch noch offen. Dafür gibt es dann am meisten Erfahrungspunkte auch. Wunderbar, das ist gerade richtig. Hier bitte, mein guter Geibasch. Nehmt dies als Bezahlung für eure ehrenhafte Tat. 13 Silber. Danke. Okay. Äh, ich brauche eine Flasche eines bestimmten Schnapses. Und zwar Zombiesaft. Erinnert mich an Graveyard Keeper. Shankwart Smith. Äh, Smith hat aus der Taverne zum roten Raben. In dunklen, äh, sollte welche haben. Und bitte sputet euch Geibasch. Die Nächte sind kalt und ich brauche den Schnaps, um meine Adern wieder... ...mit Feuer zu erfüllen. Auf dann. Ähm, hallo? Der will... Jetzt mal ohne Witz. Wir sollen jetzt ihm Schnaps holen, damit er es sich besaufen kann. Ah, bitte. Und ich wette, wir kriegen nicht mal was davon ab. Das heißt, wir müssen jetzt wieder dahin, dann wieder nach da. Die ganze Quest von dem Heini bestand ja eigentlich darin, dass wir nach Dunkelheim laufen und wir zurücklaufen. Alle Quests, die wir jetzt bei ihm hatten. Immerhin gibt es 1.450 Erfahrungspunkte dafür. Aber wir haben bei ihm nur Laufquests bis jetzt gehabt. Äh. Allerdings gibt er uns, glaube ich, dann irgendwann die Elite-Quest mit, äh, mit der wir dann nochmal relativ viele Erfahrungspunkte rausschlagen können. So, Skelett-Räuber, Level 28. Nein. Die brauchen wir noch nicht. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch eine Quest, wo wir in die Katakomben rein müssen. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Sven und schauen, was der für eine Quest für uns hat. Momentan ist es ein bisschen viel hin und her gerendet. Das gehört aber einfach dazu. Und ich versuche wirklich schon, so viel wie möglich offline zu machen mit dem hin und her gerendet und die Ruhesteine so zu legen, dass ihr nicht dauernd, äh, seht, wie ich von A nach B laufe. Es ist aber wirklich halt ein, äh, ja, gewisser Teil von World of Warcraft ist Laufquests. Da kann man nichts dagegen tun. So, mein Freund. Die Quest für den Wölfen habe ich auch abgegeben. War vollkommen unspektakulär. Ich habe 1.400 oder 1.500 Erfahrungspunkte gekriegt. Äh, und es gab keine Folge. Sven liest in dem Buch. Dann schlägt er es heftig zu. Die schadenafte Gestalt, die ich sah, war Zeuge, wie meine Familie ums Leben kam. Es gibt da etliche Fragen, die ich diesem Mann gerne stellen würde, wenn ich nur wüsste, wer es ist. Ich muss wissen, wen ich in der Nacht, in der meine Familie ermordet wurde, in den Schatten habe, rumschleichen sehen. Bitte, Guybrush, ihr habt euren Einfallsreichtum bereits bewiesen. Bittet, findet diese schattenhafte Gestalt. Ich muss wissen, was sie für Geheimnisse kennt. Ich habe keine Hinweise, die ihr nicht bereits hättet. Aber hier, nehmt das Buch, äh, das ihr auf meinem Hof gefunden habt. Vielleicht können, äh, können einige Stadtbewohner das Buch mit einer Bestimm-, äh, mit seinem Besitzer in Verbindung bringen. Das Licht segne euch. Sehr schön. Okay, wir müssen wieder in die Stadt und müssen da Leute befragen. Wir haben momentan jetzt hier keine Quest offen. Moonbrook. Die machen wir mal anders. Das befindet sich ja in Westfall. Ogre Monocle können wir nicht machen. Zombie-Saft spricht mit Schankwürttel. Yo, mach mal. Ruhestein habe ich in den Dämmerwald gelegt. Wir sparen uns jetzt den Rückweg. Das Problem ist, wenn wir das jetzt in Dungelein erledigen haben, müssen wir bitte hierher laufen. Also es ist ein einziges Hin- und Hergerenne momentan mit den Quests. Was scheiße ist. Aber gut, es gehört dazu. Ah, guck mal hier. Hallo. Ich brauche etwas Zombie-Saft. Hm. Äh, ihr braucht etwas Zombie-Saft. Wie? Hm. Das Zeug ist ziemlich stark. Ich werde nicht oft danach gefragt. Ich weiß auch, wieso es natürlich Zombie-Saft heißt. Äh, wenn ihr mir ein paar... Natürlich. So, das wäre ja auch so einfach gewesen, wenn das jetzt einfach rausrücken würde. Wenn ihr mir ein paar Faulblüten bringt, dann kann ich euch einen Kessel Zombie-Saft brauen. Ich will ein Schnapsgläschen voll. Kein Kessel. Faulblüten wachsen an seltsamen Orten. Vor allem, habe ich gehört, findet man sie in den Schädeln von Skelettschrecken und Skelett-Äh-Satans-Kreaturen. Nicht, dass ich selbst schon mal nahe genug dran war, um nachzusehen. Der Friedhof von Rabenflucht und die stillen Gärten sind voll von diesen Skeletten. Wenn ihr die auf eurer Suche nach den Faulblüten auch noch dezimiert, dann schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ganz Dungelein wäre euch dankbar. Schön. Wunderbar. Das sind übrigens die in der Kruft, wo wir dann auch machen müssen. Also wir können gleich wieder zwei Quests auf einmal erledigen. Das freut mich zwar wirklich jetzt sehr. Problem ist allerdings, wir dürfen uns dann erst wieder nach Rabenflucht rennen. Also man wird hier von A nach B geschickt. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, von A nach B. Das ist nervig. Hm, jemand hat dieses Buch erst vor kurzem in der Hand. Jemand, der von Rache getrieben wird. Allerdings sind die daran verbliebenen Eindrücke oder zumindest die Eindrücke von seinem ursprünglichen Besitzer sehr schwach. Ich kann jedoch sagen, dass der ursprüngliche Besitzer dieses Buches kein Einheimschall von Dungelein ist. Okay. Hier ist ja unsere Wahrsagerin hier, die Madame Iva. Hier habt ihr euer Buch zurück, Geibers. Und viel Glück noch bei der Suche. Vielleicht können euch ja andere in der Stadt mehr Hinweise geben, wenn ihr sie fragt. Ich habe jedenfalls noch einen für euch. Obwohl der Autor dieses Buches in Dungelein fremd ist, wurde das Buch selbst hier gekauft. Lebt wohl. Okay. Mein Freund, sie stinken. Das kamen, waren da gerade Stinkwolken. Okay, wir fragen mal nach. Ja, natürlich. Wir haben ja noch irgendwelche Bibliothekar rumrennen. Die Anführerin möchte für uns die Quest mit dem Morgen haben. Das können wir auch noch erledigen. Für diese Laufquests gibt es vor allem immer noch 500 Erfahrungsgründe. Das ist ein Witz. Ach ja, ich habe dieses Buch vor einem Monat an einen zwielichen Typen verkauft. Er hat mir seinen Namen nicht gesagt, aber er war ein nervöser, hektischer Kerl, der Laufen über seine Schulter sah. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Nicht im Geringsten. Er glückt euer Buch zurück und noch viel Glück bei euren Nachforschungen. Vielleicht wollt ihr eure Suche auf das Gasthaus ausweiten. Wenn die Person, die ihr sucht, einige Zeit hier in der Stadt verbracht hat, dann hat sie dort vielleicht jemanden gesehen. Mögen eure Reisen sicher sein. Also im Moment. In dem Buch, das ist jetzt schon... Natürlich. Er hat gegrüßt. Oh ja, ich erinnere mich an dieses Buch. Sein Besitzer mietete sich hier für ein paar Tage ein und verbrachte die Abende schreibend an der Bar. Er verließ die Stadt überhastet und brummelte dabei etwas drüber, dass er gejagt würde von irgendwas. Als ich ihn das letzte Mal sah, verließ er die Stadt in Richtung Westen, auf der Suche nach einem neuen Versteck. Der erste Ort, in dem er landen würde, wäre Rabenflucht. Schön. Schön. Viel Glück, Gehalberisch. Ich hoffe, ihr könnt den Kerl finden und dass er dann noch am Leben ist. Wenn er die Sicherheit von Dungelein hinter sich gelassen hat, könnte er vielleicht Wildtieren zu Opfer gefallen sein. Finde die Schattengeschalt euren Hinweise. Er stammt nicht aus Dungelein. Er ist eine böse, hektische Person. Er verließ Dungelein und ging nach Westen. Man sieht sich. Also entweder ist es unser Freund hier in Rabenflucht oder ist unser Freund der Einsiedler. Würde ich mal behaupten. Das Problem ist, wir müssen jetzt wieder nach Rabenflucht. Okay, dann haben wir hier alle Quests durch. Hier wären die Worgen. 20 Minuten die Folge. Angeber. Alle auf ihrem Mount unterwegs hier. Ich glaube, das gibt es hier nicht viel. Wir gehen schnell nach Westfall. Was kann ich für euch tun? Beziehungsweise, nee, gehen wir nicht. Wir machen die Worgen. Das ist klüger. Wir machen jetzt noch die Worgen. Fertig. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Sollte allerdings vom Level her, glaube ich, funktionieren. Und dann gehe ich offline nach Westfall. Dann treffen wir uns in Westfall. Und von Westfall kommen wir relativ zügig dann nach Rabenflucht, hoffentlich. Oder von Moonbrook. Dann machen wir die Quiz. Die haben ja alle schon ihre Reittiere, die alten Angeber. Ich will auch. Aber wir brauchen noch ein paar Level. Bis wir soweit sind, leider. Aber okay. Übrigens, ja, mit Level 28 würde ich mich nach Gnomeregan mal begeben. Auch wenn hier 29 vorgeschlagen ist. Ich würde es mal mit 28 probieren wollen, wenn ich eine Gruppe finde. Gerade Items-technisch müssten wir uns doch mal wieder ein bisschen aufwerten. Und ich habe die Hoffnung, dass ich dann, ja, fündig werde. Den Gnomeregan. Auch wenn wir die teilweise dann noch gar nicht anziehen können. Weil Level 29, na gut, hier Level 27. 29er. Ja, Level 29. Ja, oder Level 29. Vielleicht kneife ich ja auch nicht, wir machen Level 29. Schauen wir mal, wie wir es machen. So. Wir gehen jetzt einmal in die Obstgärten auf jeden Fall. Die Folge wird wieder ein kleines bisschen länger gehen, glaube ich. Und wir versuchen jetzt noch die Worgen zu töten. Vielleicht mache ich auch wieder den ein oder anderen Worgen offline. Kommt darauf an, wie schnell wir jetzt hier vorwärts kommen. Es sind an und für sich nur 8 Stück, die wir töten sollen. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass wir relativ lange auf Respawn jetzt im Moment wieder warten werden. Oder warten müssen. Äh, ja. Scheint so. Schattenwürger, der Nachtheuler. Äh, äh, äh. Schattenwürger. Wieder Schatten. So, 8 Stück brauchen wir. Schauen wir mal. Level 28. Ist machbar auf jeden Fall. Oder auch nicht. Ich hätte ja, ich hätte ja, ich hätte glaube ich gerne, ich sollte vielleicht das Schild ausrüsten. Merke ich gerade. Das kann doch nicht sein, dass er so viel Schaden macht. Und ich fast keinen Schaden an ihn mache. Ha. Ernsthaft? Ach komm, wirklich? Mit Blutrausch? Es sieht schlecht für uns aus. Es sieht wirklich schlecht für uns aus. Äh, Schattenwürger, Schattenwürger, Schattenwürger. Okay, wir müssen ein bisschen tricksen noch mit. Äh, wir hauen auf jeden Fall das Ding hier mal drauf. Das bringt ein bisschen was. Und ja, Gegenschlag, Notfalls und so weiter und so fort. Aber die 5 Stück werden wir hoffentlich noch hinkriegen. Ah. Hätte ich gerne noch irgendwas, um denen ihre Zauber zu unterbrechen. Die Zauber heizt uns übel ein. Blutrausch. Blutrausch. Jo. Aber den kriege ich noch. Den hier glaube ich nicht. Ne, ne, auf keinen Fall mehr. Äh, ja, das war's leider. Ich glaube, selbst wenn... Wir können's mal ausprobieren. Aber ich glaube, es wird nicht viel bringen. Ja, er weicht auch noch aus. Und wir verfehlen. Und... Hast du noch nicht gesehen. So, hier. Wir nehmen mal alles, was wir haben. Aber wir verfehlen jetzt gerade schon wieder im Moment alles. Na, mit einem Gegenschlag. Ein Lebenspunkt. Tot. Mit allem, was wir hatten, trotzdem keine Chance. Okay, die sind relativ stark. Ich würde sagen, ich mach die paar offline. Dass die Folge nicht unnötig lange geht. Äh, wir sehen uns dann in Westfow wieder bei der nächsten Folge. Dann bereite ich die nächste Folge vor. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Äh, ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar dazu da lassen. Und wenn ihr damit einverstanden seid. Wenn ich das Ganze so mache, damit ich euch nicht unnötig mit irgendwelchen Laufwegen und so weiter langweile, sondern dass wir auch mal ein bisschen vorwärts kommen. Äh, gerne einfach mal einen Kommentar dazu da lassen. Bis zur nächsten Folge bei World of Warcraft Classic. Macht's gut.